Kleines Muschelblumen-Update, zeige ich euch einmal hier, wie viele Muschelblumen es inzwischen sind, zahllos, die sich ja hier äußerst gut vermehren, nur damit ihr hier auf dem Laufenden bleibt. Im Übrigen wurden ja hier Bedenken geäußert, ob die Muschelblumen es warm genug haben, aber ich kann euch sagen, aus Erfahrung, jahrelanger Lebenserfahrung, das Sonnenlicht verursacht Wärme und diese Wärme können die Muschelblumen vertragen. Also keine Sorge an der Stelle und auch meine Pflänzchen hier sind noch wohlauf. Soviel also einmal hier als kleines Update.